So, moin moin, ich habe schreckliche Nachrichten. Die amerikanische YouTuberin Christina Grimmie wurde von einem offensichtlich fanatischen Fan nach einer Autogrammstunde erschossen. Der Mörder durchbrach die Menge und hat vor den Augen ihrer Fans Christina Grimmie mit mehreren Schüssen erschossen. Das Ganze geschah heute Morgen, ihr Bruder hatte noch versucht, den Täter zu überwältigen und im Krankenhaus ist sie dann ihren Verletzungen erlegen. Christina Grimmie ist nur 22 Jahre alt geworden. Spätestens durch ihren Auftritt bei The Voice in Amerika wurde sie länderübergreifend bekannt. Ihre Videos auf YouTube und ihre Auftritte bei The Voice waren überragend. Sie hatte über drei Millionen Abonnenten. Der Täter hat sich in Folge selbst das Leben genommen und die Motive des Täters sind bislang noch unbekannt. Ich habe den Werdegang von Christina als Zuschauer gerne verfolgt und das ist eine unglaubliche Tragödie. Ich habe so etwas auf YouTube noch nie erlebt. Mein Beileid gilt der Familie und den Angehörigen und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020